Hier sind wir im Rio Kaya Palazzo, hier haben wir eine Suite mit Dusche, separate Schlafzimmer, ein Bad, hier ist der Wohnbereich, Fernseher auf beiden Seiten, hier ist unser Café, Minibar, hier geht es dann ins Schlafzimmer, hier haben wir auch den Fernseher, schöne Ventilatoren, eine Badblutbadwanne, das ist einfach gut, wir waren schon mal hier, wir kennen das schon, wir hatten schon mal diese Suite gehabt, und es ist einfach traumhaft schön, und Matthias, wie gefällt das? Mir gefällt die Suite super, super gut, und was ich besonders schön finde, das muss ich euch zeigen, auch wenn jetzt das Wetter normalerweise nicht mehr da dafür ist, aber wir sind jetzt hier eine Etage tiefer, wie wir das letzte Mal waren, und da hat man direkten Zugang zu dem Pool, der hier direkt vor einem ist, er ist aber nicht beheizt, also er ist kalt, aber im Sommer ist das natürlich super schön, weil man direkt hier über den Steg oder da über die Leiter direkt rein kann, und das ganze Stück, den ganzen ersten Stock einmal abschwimmen kann, bis nach da hinten. Bloß das Wetter spielt doch nicht ganz so mit, wir hoffen, dass das Wetter sich noch ein bisschen aufzieht, dass man dann noch ein bisschen Glück hat. Ich bin der Hubert, ich mache die ganzen Videos, und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit, unten auf Gefällt mir drücken, dann seht ihr auch unsere weitere Videos. Ich wünsche euch viel Spaß, weiteres seht ihr dann gleich danach. Bis bald, euer Hubert.